Nutzt du Google Chrome als Internetbrowser? Laut StatCounter stehen die Chancen ungefähr 50-50, dass das bei dir der Fall ist. Doch man kann Chrome auch ohne Google benutzen, auch wenn das dem Konzern nicht allzu sehr gefallen dürfte. Wie das geht und welcher Vorteil das mit sich bringt, das erfährst du in diesem Video. Warum gibt es eigentlich zwei Chrome-Browser? Alles beginnt bei Chromium, ein quelloffener Browser unter der BSD3-Lizenz mit der Blink Engine. Er wird primär von Google entwickelt, da es ein quelloffenes Projekt ist, kann aber jeder dort in den Quellcode hineinschauen und sich theoretisch auch beteiligen. Die meisten nutzen den aber gar nicht direkt, sondern Google Chrome, was wiederum eine Abspaltung von Chromium ist. Google Chrome besitzt ein paar weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Integration der Google-Dienste oder verschiedene DRM-Techniken. Die werden zum Beispiel bei bekannten Streaming-Anbietern eingesetzt, um die Rechte der Kunden auf zum Beispiel Kopien einzuschränken bzw. das komplett zu verbieten. Von den grundsätzlichen Funktionen eines Browsers unterscheiden sich die beiden kaum, auf den ersten Blick sehen sie sogar nahezu identisch aus. Google Chrome gibt es natürlich nicht nur aus reinem Wohlwollen von Google, sondern das Unternehmen möchte damit Nutzerdaten und Einfluss im Web gewinnen. Man könnte jetzt den Eindruck bekommen, Google würde hier den Nutzern relativ fair die Wahl lassen, ob sie den proprietären Google Chrome-Browser nutzen möchten, der sie überwacht und einen Haufen an Daten sammelt, oder aber stattdessen den quelloffenen Chromium. Zwar übermittelt Chromium tatsächlich weniger Daten an den Internet-Riese, weil Funktionen wie zum Beispiel Synchronisation mit Google fehlen, weil der komplette Browser-Verlauf bei Google hochgeladen wird, aber er ist trotzdem weit davon entfernt, komplett Google-frei zu sein. Das hat zum Beispiel Microsoft schon 2019 festgestellt. Sie sind mit ihrem neuen Edge ja auch von der eigenen Engine zu Chromium gewechselt und wollten sicherstellen, dass sie eben nur für Microsoft Daten sammelt und nicht für Google, der ja in dieser Hinsicht eine Konkurrenz ist. Sie haben aber trotzdem ungefähr 50 Google-Dienste gefunden, die sich im Code von Chromium befinden. Schon 2015 wurde daher von einer unabhängigen Privatperson ein neues Projekt entwickelt. Das Ziel von an Google Chromium ist die Deaktivierung sämtlicher Funktionen, die Daten an Google senden oder an andere übertragen. Dazu gehört zum Beispiel Safe Browsing, wodurch alle Adressen an Google übermittelt werden, die man aufruft. Der Nutzer soll also im Web browsen können, ohne von Google oder jemand anderem dabei überwacht zu werden. Dazu gibt es kleinere Funktionen, zum Beispiel Pop-Ups in neuen Reitern statt Fenstern zu öffnen, aber insgesamt soll das so nah wie möglich am Original Chromium bleiben, sodass es ein 1 zu 1 Ersatz dafür ist. Ist an Google Chromium somit der bessere Chromium? Hinsichtlich Überwachung und Schutz der Privatsphäre sicherlich. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, die großteils lösbar sind. Hauptsächlich lassen sich keine Erweiterungen wie zum Beispiel uBlock Origin als Werbeblocker installieren. Die gibt es ja über den Chrome Web Store. Dort blendet Google aber den Installieren-Knopf aus, wenn man ihn mit An-Google Chromium aufruft. Das Problem kann man mit der Erweiterung Chromium Web Store lösen, die man zunächst händisch installieren muss. Wer Videos von Anbietern streamen möchte, die Wide Wine als DRM-Kopierschutz einsetzen, musst du dem sicherstellen, dass dieser Kopierschutz installiert ist. Der ist nämlich bei Chromium schadmäßig nicht automatisch mit dabei. Außerdem muss man sich um Updates händisch kümmern, wie bei Chromium auch. Wer bei manchen von diesen Nachteilen Bedenken hat, für den gibt es auch Alternativen, nämlich andere Browser, die ebenfalls auf Chrome basieren. Hier sollte man aber darauf achten, dass Chrome-Updates zeitnah nachgezogen werden, was generell für alle Browser gilt, die diese Engine nutzen, zum Beispiel auch Edge, Brave, Vivaldi und zahlreiche andere. Brave zum Beispiel verspricht die beste Privatsphäre im Internet, dreimal schneller als Chrome und besserer Schutz vor Google sowie weiteren Big-Tech-Unternehmen. Er basiert auf Chromium und ist ebenfalls quelloffen. Die Google-Bestandteile wurden auch in Brave entfernt bzw. deaktiviert. Darüber hinaus besitzt Brave auch einen integrierten Werbeblocker, der zudem auch Tracker blockiert, die euch also beim Surfen verfolgen. Es gibt aber auch ein paar Funktionen, die für einen Browser umstritten sind. Zum Beispiel sind da Crypto Wallets drin, über die Brave eigene Werbung einbaut und womit man auch dann die Seitennehmer besucht hat, unterstützen kann. Auch ein VPN erwartet sicher nicht jeder im Browser. Fairerweise muss man sagen, vieles davon ist Opt-in, wird also erst aktiv, wenn ihr es bewusst einschaltet. Anderes kann man zumindest abschalten. Self-Browsing ist hier zwar aktiviert, nutzt aber Brave als Proxy-Dienst, sodass Google eben nicht direkt mitbekommt, wo ihr das surft. Der Browser ist ähnlich komfortabel wie Google Chrome, man kann zum Beispiel Erweiterungen problemlos installieren. Hier muss man also Kompromisse eingehen. Wer nur Google loswerden möchte, der hat hier sicher eine gute Alternative gefunden. Wer mehr Datenschutz betreiben möchte, dass zwar weniger Daten gesammelt werden, aber die Sammlung ist eben nicht komplett abgeschaltet wie bei an Google Chromium. Schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, ob das für ihn ein akzeptabler Kompromiss ist oder nicht. Das ist nur ein bekanntes Beispiel. Es gibt noch weitere Alternativen, die versprechen, möglichst wenig Daten an Google zu übermitteln. Sowohl mit an Google Chromium als auch mit Brave lässt sich die Datensammelwut vom Google-Konzern deutlich reduzieren bzw. sogar komplett abschalten. Google dagegen arbeitet schon seit Jahren kräftig am Gegenteil. Anfangs gab es sogar eine eindeutige ID, mit der man jeden Nutzer identifizieren konnte. Dadurch riet neben dem BSI auch die CT davon ab, den Browser zu benutzen. Einige Zeit später ist Google, was die ID angeht, nach der starken Kritik damals zurückgerudert. Dennoch ist klar, Google lebt davon, möglichst viele Informationen von ihren Nutzern zu sammeln, um die Überwerbung indirekt verkaufen zu können. Daher keine Überraschung, dass sich an dem Grundprinzip von Chrome bisher wenig geändert hat. Auch heutzutage sammelt der Browser jede Menge an Daten, während der Nutzer surft. Das merkt er nicht, sondern es wird automatisch im Hintergrund an Google übertragen. Es macht daher Sinn, sich um die Privatsphäre und auch die Sicherheit der eigenen Daten zu kümmern. Auch wer unbedingt Chrome nutzen möchte, hat da verschiedene Möglichkeiten, die besser sind als Google Chrome. Jedoch nicht ganz freiwillig, denn die entfernen ja das aus Chromium, was Google bewusst reingebaut hat. Und man unterstützt eben auch das Browser-Monopol von Google, was sie ja mit Chromium und Google Chrome haben. Es ist daher eine sinnvolle Überlegung, ob man nicht gleich zu Firefox wechselt. Es ist mittlerweile der letzte freie und plattformübergreifend nutzbare Browser, den es neben Chrome und Chromium noch gibt. Ein Browser-Monopol gab es in der jüngeren Geschichte schon mal. Microsoft hat sich im sogenannten Browser-Krieg an die Spitze gekämpft. Leider ging das Ganze auf Kosten der Nutzer, also uns. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, das findet ihr an der Seite und könnt es dann nachgucken, was damals genau passiert ist. Welchen Browser nutzt ihr und warum? Schreibt es gerne zu uns auf ULabs, die ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.